In diesem Video möchte ich euch einen ersten Eindruck geben des Anker 36 Watt 5 Volt Ladegeräts Quadport Wallcharger, also Wandladegerät. Üblich kommt es in so einer Apple-like Verpackung, also mit einem schönen Design, also das spricht mich immer wieder an, wie Anker die Geräte verpackt. Man hat hier so die Lasche, hier stehen kurz so nochmal die Details drauf, ein Bild ist drauf, ein relativ klares Design. Hier wird ähnlich auch mit solchen Symbolen gearbeitet, wenig mit Text, mehr so ein Gefühl und Design wird vermittelt. Wir öffnen die Verpackung, da kommt es auch ebenfalls nochmal zum Ausdruck. Genau, thanks for choosing Anker und dann haben wir schon hier das kleine Ankerladegerät, was hier drin liegt. Das schauen wir uns jetzt mal im Detail an. Das Ankerladegerät wird in die Wand gesteckt und kann direkt mit USB-Ports oder mit USB-Inkabel angesteckt werden. Das Ladegerät selber schaut so aus von oben, relativ schlicht, Seriennummer drauf, die Rückseite schauen wir uns gleich nochmal an. Unten hat es noch ein bisschen Details, so das Übliche von der EU und die CE-Kennzeichen. Normaler Euro-Schoko-Stecker, also geht in mehrere Ländern Europas, kann man dieses Ladegerät direkt benutzen. Bei mir ist es überhaupt nicht laut, es quietscht nicht und ich bin recht zufrieden damit. Ich wollte einfach was für unterwegs haben und das Besondere an diesen Ladegeräten ist, dass es noch nicht so diese Anker-IQ-Technologie hat. Das bedeutet, bei den neueren Ankerladegeräten stellt das sich automatisch ein, welchen Ladestrom das Gerät braucht. Hier sind noch zwei Ports für Android-Geräte, also Samsung Galaxy höchstwahrscheinlich und für Apple-Geräte, also von iPad, iPhone und iPod Touch. Persönlich habe ich noch keine Unterschiede gemerkt. Ich stecke einfach mein iPhone rein und es lädt. Wir schauen uns mal an, was der Hersteller dazu sagt, wie der darüber spricht, warum das so unterschiedlich ist. Genau, also im Prinzip sagt er, der eine Output hat 2,1 Ampere für Apple-Geräte und der Android-Output 1,5 Ampere. Das heißt, das ist der Unterschied zwischen den Ports. Das heißt, ein Apple-Ladegerät kann ich trotzdem an einen Android-Port laden, dauert aber eben etwas länger. Da ist das neuere Ladegerät mit der IQ-Technik wesentlich, ich nenne es mal besser und macht mir Freude. Ich stelle euch unter diesem Video nochmal den Link zu diesem Ladegerät und dann noch weiterhin hier nochmal kurz im Blick das neuere Ladegerät. Hat aber den Nachteil, dass es hinten gerade dieses Verlängerungskabel hat und das stört mich, weil ich will gerade für unterwegs nicht noch extra so ein Kabel mitnehmen, sondern möchte nur was für die Wand haben. Und deswegen finde ich dieses Anker-Laderät sehr gut. Es ist ein hochwertiger Kunststoff, wackelt nichts, knapp nichts und ist wirklich solide verarbeitet. Ein schönes Design, zeitlos, schlicht und dementsprechend überwiegt das gerade für unterwegs. Und der einzige Manko ist vielleicht aus heutiger Sicht, mit den heutigen Modellen alles die Ladetechnik, dass da 1,5 und 2 Ampere manuell gesucht werden muss. Also hier muss man noch als Nutzer mitdenken, bei der Nachfolgergeneration, bei diesen hier, da kann man einfach reinstecken und das passt sich genau an. Ansonsten hochzufrieden, schön verarbeitet und kann ich nur empfehlen für unterwegs. Bis zum nächsten Mal.